Auf geht's in den Geisterwald. Ein zweiter Spieler, okay. Aber ich finde es krass, ich muss auf jeden Fall auf Leben nächstes Mal gehen, weil die Gegner hauen ja doch ganz schön drin. So, ab in die Bude. Ich denke, Vorsteher Lee wird jetzt nichts mehr dagegen haben. Okay. Das haben wir doch schon gehabt. Shift, äh, Umschalt drücken, okay. So, wir haben ein Schwert. So, dann geht's hoffentlich gleich mal richtig los. So. Ach, das ist so cool, die macht. Elementar. Hast alle Eindringlinge. Stark im Nahkampf, schwach Verteidigung. Hilfe! Ich werde angegriffen! Oh nein! Da kommen noch mehr! Hallo, Fokus Spenden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich fuhr so friedlich durch den Wald. Da sprang der Wagen über einen Stein und weg war das Rad. Dann kamen diese Biester, kein Mensch weiß, warum die jetzt wieder so wild geworden sind, und haben auf dem Rad herumgekaut und es schließlich weit weg und tief in den Wald hineingetragen. Äh, du siehst aus wie die Schrecken aus meiner Kindheit. Oh, ha, 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 du brauchst nicht so ängstlich zu gucken. Ich gehöre nicht zu den Schergen des Kaisers. Ich bin nur ein Gürteltier, das sich als Handelsmann durchs Leben schlägt. Ähm, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand wohnt. Der Wald gehört einem grausamen Drachen, das weiß doch jedes kleine Gürteltier. Äh, wenn du mein Rad findest, dann bring es mir bitte. Dann kann ich endlich wieder meine Waren verkaufen. Jo, gut, dass wir auch richtig sprechen können. Äh, 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 hallo? Willst du mich jetzt ver- Spiel, willst du mich jetzt komplett verarschen? Das Problem ist, wenn wir nicht mal... Eine Karte haben. Ach, scheiße. Jetzt hört er wieder auf mit dem Fokus. Wie komme ich denn da oben ran? Hmm. Hm. Die sehen aus, als ob die irgendwie ein Gehirn auf dem Rücken tragen. Ach, shit. Ich wollte doch keinen Fokus machen. Was haben wir da feiern? Oh, noch eine Truhe. Ein Emulett. Ach so, das bringt mir Morna. Ich würde ja gerne irgendwie da hochkommen, aber ich weiß nicht, vielleicht mit Pfeil und Bogen irgendwie, falls man das noch kriegt. Weil ansonsten hochspringen wird irgendwie nichts. Betreten, verboten. Warnung vor dem bissigen Geisterdrachen. Wie bitte? Also wenn es Geisterdrachen geben würde, dann würden wir das ja wohl wissen. Wir sollten herausfinden, was es mit diesem Geisterdrachen auf sich hat. Mal sehen, ob wir weitere Hinweise finden. Ähm, sieh mal, da hängt ein Zettel an dem Schild. Eine Liste von Opfergaben. Oder ein Rezept für eine Nudelsuppe. Hm, Nudelsuppe. Was ist das hier? Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Okay, dann werden wir mal definitiv noch ein Schwert erhalten. Äh. So, mal gucken, ob das denn klippt. Da hat sich doch gerade einer weggebiemt, oder? Okay. Okay, kommen wir nicht hoch. Ach, Sprung des Tigers nicht. Pilsche. Ein Opfer besinnt sämftigt den Drocknen. Ah, der beißt. Okay. Aber wir heilen nicht, ne? Oder? 164 von 85. Nö, irgendwie nicht. Kommt das erst, wenn wir die nächste Stufe erreicht haben? Oh, da müssen wir erst diesen Slot voll haben, damit wir das erreichen. Ich wies es nicht. Oh, eine Rüstung. Cool. Auch wenn man es leider nicht in der Spielfigur sieht, obwohl... ...sieht ja genauso aus, wie das, was wir schon vorher anhatten. Elementarmischar. Stark im Fernkampf. Sehr schlechte Verteidigung. Was ist das hier? Nein. Aber wir hatten eben wieder volle Gesundheit, ne? Wundert mich. Achso, aber aufgesammelt hatten. Stimmt. Ich bin ja doof. Das ist das Rad. Gehen wir gleich zurück, oder? Vielleicht... Vielleicht stellt er dann seinen Wagen um. Und wir kommen auf das Dachhof. Wahrscheinlich nicht, aber... Man kann es immer... ...probieren. Hallo? Du hast mein Rad gefunden. Ich kann wieder reisen und Handel treiben. Hier hast du eine Belohnung. Möchtest du auch handeln? Ja. Ja. Da, 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 da. Da, da, da. Reste noch mal. Ja. Okay, endlich können wir das verkaufen. Ah ne, jetzt hat er das wieder eingezogen, ist das nervig. Okay, den Rest behalte ich erstmal. So. Eine Nudelsippe ist dem Drachen immer willkommen. Was stand denn da eben? Wechselschein. Okay. Ah. So. Oh! Oh, das war ein guter Damage. So. Schattenkrieger. Geheimwaffe des Kaisers. Stark im Nahkampf. Scheiße. Okay. Handschuhe haben wir erhalten. Das wird glaube ich gar nicht so einfach, das Spiel, ey. Was haben wir hier? Okay, jetzt fehlt noch die letzte Zutat. Ingwer, glaube ich, war das. Waldmeister. Stark im Angriff und in der Verteidigung. Kämpft nie allein. Wo sind seine Brüder? Ist das so eine Art Bossgegner? Hallo. Na, okay. Okay. Stufenaufstieg. Das finde ich gut. Okay, gehen wir gleich hier wieder auf Gesundheit und dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitzendanke mich. Bis denn. Ohnein. Nein. Vielen Dank.